Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier nochmal eine kurze Ergänzung. Ich will mit meinen kurzen Ausführungen eigentlich nur deutlich machen, wie abwegig der Begriff der dritte Tempel ist für uns Neutestamentler. Denn aufgrund der neutestamentlichen Lehre ist der Begriff schlichtweg falsch. Denn die Gemeinde Jesu Christi ist ein Tempel im Heiligen Geist. Damit setzt sie allein die Reihenfolge der göttlichen Tempel fort und ist der dritte nach dem Tempel Zerubabels und nach dem Tempel Salomos. So sagt die Schrift und nicht anders. Ich möchte diesen Begriff, der dritte Tempel, gerne etwas torpedieren, damit wir ins Nachdenken kommen. Es geht mir auch nicht darum, ketzerische Aussagen zu machen, sondern auf die Schrift zu verweisen. Christus sagt, dass sein Leib der dritte Tempel ist, also sein Körper zur damaligen Zeit. Die passende Bibelstelle hierzu steht in Johannes 2. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun mögest. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brechet diesen Tempel und am dritten Tag will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und der Rede, die Jesus gesagt hatte. Also das wäre schon mal gut, wenn wir auch der Rede Jesu glauben würden. Im Verhör vor dem Hohen Priester Kaiphas kommen zwei falsche Zeugen und sagen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen ihn bauen. Also die beiden haben auch nicht genau zugehört. Denn Jesus hatte gesagt, brechet diesen Tempel und am dritten Tag will ich ihn aufrichten. Er hat nicht gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. Das ist das alte Problem. Die Leute hören nicht richtig zu und wir lesen oftmals nicht genau. Paulus sagt, dass die neutestamentliche Gemeinde der Leib Christi ist. Damit ist dann aber ganz eindeutig die neutestamentliche Gemeinde der dritte Tempel und nichts anderes. Denn das hat ja Christus auch gesagt. Und das allein ist die neutestamentliche Lehre. Denn die neutestamentliche Gemeinde und Christus gehören zusammen. Er das Haupt und wir die Glieder. Folgerichtig schreibt Paulus dann auch davon in 1. Korinther 3, Vers 16, wenn er sagt, Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 16 also sogar zweimal, dass sie, die Korinther, der Tempel Gottes sind. Und er wiederholt das sogar noch einmal in 2. Korinther 6, Vers 16. Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Ich hoffe, dass mit diesen kurzen Worten der Begriff der dritte Tempel so richtig torpediert wird, damit wir neu und neutestamentlich über dieses Thema dritter Tempel nachdenken. Petrus sagt es fast noch deutlicher als Paulus. In 1. Korinther 2, Vers 4 steht, Und auch ihr, als die lebendigen Steine, baut euch zum geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesu Christum. Wenn wir vor diesem Hintergrund 2. Thessalonischer 2, Vers 2 lesen, wird deutlich, dass Paulus auch hier einen geistlichen Tempel meinen muss. Der Antichrist, der da ist der Widersacher und sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. In Ermangelung der Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems haben die Brüder in der Vergangenheit gesagt, dass der Antichrist sich in die Kirche oder in die Gemeinde setzen würde. Sie haben es interpretiert und gedeutet. Das ist auch nicht falsch. Das ist durch die Jahrhunderte sicher geistlich auch passiert. Aber Paulus meint hier einen besonderen Tempel, nämlich den, der entsteht, wenn die Stadt Jerusalem am Ende der Zeit zum Glauben an Jesus Christus kommt und dann zum Abschluss auch zum dritten Tempel wird, wie dies die Gemeinde Jesu Christi aus den Nationen seit 2000 Jahren schon war. Wenn die Stadt Jerusalem am Ende der Zeit belagert wird, dann bleibt kein Moslem in der Stadt. So wichtig ist ihnen Al-Quds nicht. Sie fliehen, um ihr Leben zu retten. Bis vielleicht auf ganz wenige Ausnahmen bleibt nur wer in der Stadt? Die orthodoxen Juden. Denn die haben sonst keinen Platz mehr, wo sie hingehen könnten. Das heißt, die Bevölkerung der Stadt Jerusalem wird dann mehr oder weniger ausschließlich aus orthodoxen Juden bestehen, die das Alte Testament aber sehr, sehr gut kennen. Auf die wird Gott seinen Geist ausgießen und die werden erstaunlicherweise zur Wiedergeburt kommen und Jesus Christus oder den Messias erkennen und anbeten. Und die werden dann den Abschluss der neutestamentlichen Gemeinde bilden. Denn der Abschluss der neutestamentlichen Gemeinde wird in Jerusalem sein. Dort, wo auch ihr Anfang war, nämlich vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Der landläufig sogenannte dritte Tempel, der üblicherweise als ein Tempel verstanden wird, der aus Holz und Steinen auf dem Tempelberg in Jerusalem von Menschen gebaut und errichtet wird, ist ein jüdischer Gedanke und kein neutestamentlicher. Neutestamentlich ist dieser dritte Tempel seit 2000 Jahren schon da. Ich kann das nicht genug wiederholen. Eigentlich ist es absolut unverständlich, warum neutestamentliche Lehrer sich diesem Gedanken eines sogenannten dritten Tempels aus Holz und Stein in Jerusalem anschließen und weitläufige Erklärungen hierzu abgeben, ohne nachzudenken, was das Neue Testament hierzu schreibt. Die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems ist meines Erachtens neu und sicher auch ungewohnt. Aber sie ist der Schlüssel, um alle diese Stellen zu verstehen und zu verstehen, dass der Antichrist sich nicht in die Kirche der Nationenchristen setzen wird, sondern als politischer Herrscher der Endzeit Jerusalem überfallen wird, die wiedergeborenen Menschen dort töten und sich selbst in die Stadt hineinsetzt und ausgibt, als sei er Gott. Wahnsinn, dass Paulus das wusste. Noch einmal, ich bin der Auffassung, dass viele Antichristen gekommen sind und diese vielen Antichristen sich sicher auch in die Kirche, in die neutestamentliche Kirche und Gemeinde hineingesetzt haben und ausgegeben haben, als seien sie Gott. Dazu gehört meiner Meinung nach auch die katholische Kirche und die wahrscheinlich sogar insbesondere. Das nur für meine Kritiker. Aber das, was Paulus meint in 2. Thessalonischer und das, wovon Christus meint über den Tempel, der sein Leib ist, ist eine spezielle Erfüllung, die speziell in der Endzeit in Jerusalem kommen wird. Ich bin auch der Auffassung, dass im tausendjährigen Reich noch ein Tempel gebaut werden wird und zwar so, wie er in Hesekiel und in Jesaja auch beschrieben wird. Aber das ist nach der Entrückung und nach der Wiederkunft Jesu Christi, eben im tausendjährigen Reich. Der dritte Tempel, der wirkliche dritte Tempel, ist ein geistlicher Tempel, hat in Christus begonnen, so sagt Christus, wurde in der neutestamentlichen Gemeinde zu Pfingsten weitergeführt, nahm seinen Weg über 2000 Jahre durch die Völker dieser Welt und findet seinen Abschluss in der letzten Woche in Jerusalem. Dieser Tempel ist allerdings Voraussetzung für die Wiederkunft Jesu Christi, denn dieser Tempel ist ein geistlicher Tempel und der Abschluss der neutestamentlichen Gemeinde. Von dieser Voraussetzung der Wiederkunft Christi schreibt Paulus in 1. Thessalonischer 5, denn die Thessalonischer fragten, wann Christus wiederkommt und Paulus antwortet, von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib und werden nicht entfliehen. Paulus sagt also, dass vor der Wiederkunft Christi erst noch eine schwangere Frau in Verderben und in Wehen geraten wird und wir wissen, sie wird auch gebären, denn das ist ein Bild auf die Tochter Zion. Erst wenn Zion geboren hat, wird Christus kommen, so sagt Paulus. Ein Tempel aus Steinen und Holz auf dem Tempelberg in Jerusalem ist also überhaupt keine Voraussetzung für die Wiederkunft Christi, auch wenn die Juden das behaupten. Sie kommen näherungsweise an die Wahrheit der Schrift des Neuen Testaments heran, aber sie treffen sie nicht. Weil die Juden das Alte Testament ohne Geist Gottes lesen und die Gemeinde Gottes so nicht sehen können, schauen sie gleichsam über das Zeitalter der Gemeinde hinweg direkt ins tausendjährige Reich. Das tun wir aber nicht, sondern wir erkennen die Gemeinde Jesu am Ende der Zeit. Paulus trifft sie schon und wir verstehen sie jetzt auch. Erst kommt ein trügerischer Friede, dann kommt unerwartet Verderben über Jerusalem, dann kommen Wehen und schließlich die Geburt und dann kommt unser Jesus Christus wieder. Soweit in aller Kürze. Viele Grüße, Gottes Segen, eine gute Zeit und bis bald.